inzwischen muss ich sich auf dem Konfigur in diesem Teil in diesem Stamm 4 und Team unterwegs und es ist schon ein bisschen andere Slayer und insofern heute kam das die es ist ein Wiener aus mit den präsentischen Operatoren zu kommen ist leer das ist ein Schauspieler war schon draußen aber er hat sich wenn ihr schaut haben wir schon fast die vierten Advent wer hat so zu sagen ja also die entdeckt Part ich hab's mir 276 müsste der vierte Advent sein und wenn ihr es zu Weihnachten schaut fröhliche Weihnachten fröhliche Weihnachten da gibt's Operatoren so Santa Claus und Elfen und so wer hat den einen angeschossen ist auch wieder schärfer geworden ne ja das ist hab ich hab ich hab geschrieben die Schriftfarbe ist aber nicht mehr so ich find das irgendwie ungewohnt dass man jetzt nicht mehr angezeigt kriegt wie viele Rüstungszuteile man hat neustimm und wenn du den Rook auswählst dann ist nur neben dem Lebensanzeige so eine grüne Rüstung ok hat man jetzt keine Rüstung mehr oder doch natürlich ich glaub das gilt weiterhin aber es wird halt einfach nicht mehr angezeigt so zu sagen ja selbst wenn man es nicht mehr hat wird es ja aufs gleiche hinauslaufen ja der hätte ich auch füsen können aber egal war das Ash oder wie? das war Ash ja na hier können die rausspringen ne ich häng mich mal ans andere Fenster what? das ging schnell wie wenig wie wenig Leben er verloren hat ja Carl ist eine der stärksten Waffen im Game Tachanka Tachanka ist lo ok ich krieg wieder nen Headshot am Fenster also irgendwas haben die äh Kapkan hat ein viertel Leben also irgendwas haben die wow what the fuck du hast dich grad selbst damit gekillt ja obwohl ich reingezielt hab irgendwas haben die mit Blackbeard am Fenster gemacht irgendwie ist das Schild nicht mehr so wie vorher letztes mal schon gehabt ich bin im Kopf über am Fenster und krieg wieder nen Headshot ich glaub der Pfeil könnte noch leicht buggy sein weil das Fenster aufbohr und ich hab da rein gezielt Kapkan hat nur noch ein ganz wenig Leben ja vielleicht so ein bisschen Frack Bug oder Ash Bug ne Frack, Frack ist ja immer wieder rausgeflogen ja das wird auch die Metanzeige an der Zeit das gut wer hat den gerade zu oft gemacht hier wenn ihr hier wenn ihr von oben reinguckt zudem er hat uns ein Operator ok von der neue Operator? nein das war die Weltkriege mit ihrer Spasszwelle hä? hat die sich jetzt gerade nicht bewegt? warum lag die nebeneinander? ich hab aufgemacht guckt ich hab gedacht er guckt da hinten also das war amerikanische Action hier ok und er spielt Rekord können wir den irgendwie rauswerfen ey? das war mal Spaß wir mit Level 15 müsste doch nur eigentlich schon kommen ja können wir weg damit weg mit dem Müll deine G2 Countdown mal probieren wir wissen ja wie es letzte Saison geklappt hat wir haben jetzt wieder 3 Counter wir haben nur Sub im Raum ja nö Valkyrie kann ja auch mit deinem PX schön im Raum verbeinen darauf habe ich mich ja schon eingestellt dass ich da quasi die Valkyrie nehme letztes Mal war ja nicht so aufwürgericht haben wir dann den Valkyrie Verbot Krieg gegeben ja ich bin schon aber jetzt auch Kameras bekommt Daniel wird auf jeden Fall ist kein Counter Dude deswegen wird schon schief gehen ja ich sag ja ich probier alles einfach halt mal ja und hier dieses coole Design hier man kann alles sehen was die boah alter ey sag mal habt ihr nicht alle irgendwie einer in der Marmel lebt ihr alle irgendwo in Hobbit Höhlen ey wahrscheinlich ach der Jäger hat einen coolen Scan für seine Waffe cool? ja was er sagt was findest du ihn cool? was findest du ihn cool? nee deswegen habe ich es gesagt ich habe gesagt ich finde den der sieht cool aus also das was ich da sehen kann von dem Scan ok das sieht ziemlich mund hässlich aus aber wo ist denn der Jäger überhaupt? ja obkacken Digga komm her wo ist er? da er steht rum ah guck ihn dir nochmal von der Nähe an Cooper warte mal gucken ah das ist meine Fähigkeit wuuu Daniel freut sich so und dann wird er eh direkt sterben ja wahrscheinlich weißt du mit Valkyrie ne hat er ja auch immer eine erfolgreiche Zeit gehabt das stimmt ich verbarrikadiere die Tür es bleiben 5 Sekunden die Drohne Jäger kommt zurück hurra 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 der Jäger ist da der Jäger ist da der Jäger ist da der Jäger ist da ich hab nicht viel Zeit für Valkyrie ich kann nun mal nicht wenn ich raus den Jäger ist da da oben ist klar da hinten steht noch einer draußen ist der FK der Fuhr ist tot sehr schön auch der FK der Entschuldigung ist ein wenig zu sein ja das hat ihn da verbrannt der FK so schnell kommst du dann gar nicht weg Dani die meisten sind hier am Fenster zu laufen der FK der FK nur noch ein Gegner übrig und was kann er nicht sehen nicht erschrecken ich schieße hinter euch eine Barrikade kurz auf, damit ich reingucken kann ja wir sehen dich ja Dani kannst du ja rauslaufen war an dem Fenster an deinem Fenster da Koopa war oder wo war Ich hab gar nicht gemerkt, dass ich hier bin, aber da war unten auf dem Bäckereidach. Da ist er, so ein Bäckereidach. So, jetzt ist er wieder an dem Fenster. Er ist wieder am Fenster? Ja. Ähm. Er ist da neben dem Fenster, da. Los geht's, Daniel. Ah, fuck. Failed oder nicht. Ja, ist doch los. In welchem Fenster, Kuba, nochmal? Markier nochmal eben. Das da. Ja, guck. Ich hör ihn wieder rappin. Da ist wieder da, Kuba. Ja. Ist markiert erst vor dem Fenster, genau. Jetzt kommt rein. Ich hab ihn. Schöner Winkel Kischte hat nach unten gekostet er hat nach unten geguckt deswegen er hat da irgendjemand erwartet und dann ja hat er sein Schild nicht vor ihm gehabt Hurra bei der ersten der Kapital schmeiß mal eine Zigarre rüber so was hast du gesagt man kann jetzt einfach F5 drücken ja für rausschmeißen wenn du quasi einen rausbrotest kannst du entweder F5 oder F6 drücken achso wenn einer die Abstimmung startet ja das ist dann quasi das haben sie auch in den Patchnotz geschrieben also rausschmeißen wurde nun vereinfacht quasi ich sag immer so viel quasi ich merke es erst quasi aber bis jetzt hat niemand vielleicht was dazu gesagt also ich sag's selbst oft ich sag's auch selbst oft F5 das ist ja nicht schön Küche ich hab mir auch in Schiller F5 die tippen rum die tippt F5 weil da wird die tippt nur rum what the fuck Alter ihr müsst euch Valkyrie anschauen die ist so in der Tiefkühl scheiße da Hier, Daniel, Daniel, da siehst du die. Was macht die Frost denn bitte da? Die Welt kommt da nur noch rum, Alter. Oh, man kann nicht auf die Reinforcement draufstehen. Alter, what the fuck? Die hat ADHS, die hat so hart HDR-Hals, ey. HDHS. Und der Hals, du! Das gute alte HDHS. Kann jemand da kein Blackbeard irgendwie da ficken? Ich will ans lange Fenster, aber ihr müsst mich von rechts decken. Beziehungsweise geradezu jetzt. Können wir mich schon an die Kamera? Ich führ's da rein, ne? Ja, führ's da einmal rein, aber ich will dann da ans Fenster ran. Ich bin neidig gewalt genug, weil ich bin ne Etage drüber. Ja, aber wahrscheinlich wird da keiner sein in dem Räumchen. Wack es nicht! Wack es nicht, Bug! Verpiss dich vom Fenster! Ja, welcome Matt und Captain Trap zerstört. Äh, in der Bäckerei? Ja. Okay. Ähm, hinter der Theke? Woah! Da ist offen rumgelaufen. Achso, ja. Fein draußen. Hinten? Die denkt auch, die ist Gott oder so? Die ist zwar stealth, aber nicht unendekbar. Das ist, glaub ich, noch Nachdenkung, Leute. Natürlich. Ich glaub, die will uns nur ablegen. Die ist vorne am Hauptengang jetzt. Der Buck hat schon auf die geschossen. Na, ich hab's auch angeschossen. Das ist der Hauptengang am Rang. Ich auch nicht. Haben wir ne Ehre? Nee. Hm, den Rook seh ich gar nicht. Der Capcom ist immer noch in der Küche drin. Okay, ähm, Valkyrie ist noch auf der Treppe. Get him! Also aufpassen, Copa, die ist da noch direkt. Valkyrie auf der Treppe? Ja. Sie hat das Ziel 4 geworfen? Wahrscheinlich ja. Okay. Ja. Und die, äh, Neue ist auch da. Der Raum an sich, da ist nur Capcom drin, Leute. Mhm. Also zwei, zwei, äh, Treppengang. Ich warte nach! Ja, da war ein Loch. Ach komm. Weißt du was, ich riskier. Deck mich mal. Ich versuch mal... Oh, der schießt mich dann echt dadurch raus ab. Mich kann man noch holen, mich kann man holen, mich kann man holen. Ja, ich komm. Lauf, 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 lauf. Aber vorsichtig, geradezu ist Capcom hinter dir, geradezu. Oh! Da musst du aufpassen. Kommt. Zu spät. Ja, ich wüsste da nicht denken. Ja, jump einfach wieder raus, anstatt da einfach durch die Wand zu schießen. Da war nur einer in dem Raum, ey. Buck bettelt sich oben mit irgendjemandem, die eine ist tot da oben. Ja. Die... Beide im Raum, Valkyrie und Capcom im Raum. Und... Lief weg, dass wir. Ein Gegner verbleiben. Das Capcom... Wo ist sie? Beide im Raum. Im Raum. Da... Da... Nicht da, wo Capcom war, müsste sie sein. Und wo war Capcom? Ja, da, wo deine Dinge gekillt hat. Da hinten. Oh, die ist andere... Die ist hier auch jetzt gerade gewesen. An dem Loch. Links, Cooper, links. Links ist sie. Da. Sehr schön. Der Kausch, die so lange anmögen, ich mach mal mal. Juhu. War das nicht ein Headshot? Killcamp sieht jetzt aber auch besser aus. Ja. Total unrealistisch aus. Total unrealistisch. Vielleicht haben sie das Blackbeard-Gewehr gebracht. Fett Schott, der nicht angezeigt wird, Lil. In diesem Monat fängt endlich wieder Bundesliga an, ey. Sonntag. Na gut, für euch Sonntag stimmt. Beziehungsweise dieses Wochenende. Machst du mit mir wieder Kühlraums ab? Mhm. Ich mach dann oben wieder, von oben. Wenn du beide Reinforcements hier machst. Mhm. Ich mach Haupteingang Barrikade. Und der Typ reißt die Barrikade wieder auf, der Random. Und mach keine ran. Das ist so zum Kotzen, ey. Ich bleib hier 10 Sekunden stehen, um zwei Barrikaden zu setzen, ey. 5 Sekunden noch. Kameraübertragung läuft. 5 Sekunden. Er macht die Luke von oben. Er klaut meinen Job. Ja. Eine ist glaubt noch in die Dings gefahren, in den Kühlraum. Er hat meinen Job geklaut. Ja, die kann er errichtet. Vorher steh ich. Nicht Job-Clone, Mann. Ist nicht gut. Es war kein Rüstung. Das Rüstungssymbol sieht ja praktisch aus. Ja. In dem großen, langen Fenster ist wieder jemand, Junge. Vielleicht kannst du dich da erwischen. Kannst du ihn markieren? Ja, das lange Fenster. Da, wo die Leute gekautet werden. Ja, die kommen schon. Ist da irgendwo. Ich meine, dass da irgendwas war in der Richtung. An diesem langen Fenster. Und da schießt jemand dagegen. Und schockt man diesen langen Fenstern. Da kann ich nichts machen, Cooper. Komm ich nicht ran. Und noch eine Drohne. Zwei Leute sind da, Cooper. Drei. Drei. Läufer den. Oh, Daniel, geh da weg. Ja. Wie erkennt man, was so ein Rain-Shash heißt? Ich glaub, Kühlraum ist was aufgegangen. Ja? Dann schau ich da mal hin, deinen Kühlraum. Glaub ich. Ich schau trotzdem hin. Ah, Blackbeard liegt hier. Und das sind zwei. An der Tür direkt. Okay, das Ding scheint mega buggy zu sein. Ja, der ist einfach hart OP. Okay, jetzt hat er so eine Rauchgranate geschossen. Uita. Ich mich verleid. Ich setze den Sensor ein. Achso, deshalb... Ja, bis wir nicht in deinen Weg gehen. Drohne. Hm. Es dürften die drei am langen Fenster noch gewesen sein. Okay, wo waren die drin? Einer ist angeschossen. Einer ist drin. Einer ist drin. Sind die noch drin? Ja, der eine ist unter der Theke da gerade. Ja. Einer ist auf jeden Fall schon angeschossen für den. Was? Ich hab da hinten genau hingeworfen. Dann muss er da ganz weit in der Ecke sein. Äh, links oder rechts von dir? Äh, ganz weit links in der Ecke. Also... Da ungefähr in der Ecke des Raumes. Hä? Hä? Warte, ich kann mal aufstehen. Ich balle auf ihn, aber er stirbt nicht. Er ist abgelenkt von mir eigentlich. Der ist fast tot. Kann ich nicht mehr machen. Hab ihn um. Iso-Glarmut-Behälter ist unterbrochen. Die Falle der Anzahl. Die Falle der Anzahl. Der ist auch da drin, Cooper. Ja. Ich hab heute echt wieder einen Mieser-Roppies-End. Ach, ich hab ihn angehittet. Glairs ist im Raum. Der dürfte... Ja, er hat viertel Leben abgezogen. Also dreiviertel Leben hat er noch. Ist aber auch da im Nebenraum. Am Fenster, am langen Fensterwahl. Haben die die Zeit auch erhöht im Casual? Die Rundenzeit? Guck mir so lange vor. Er schleicht dort hin und vorbei. Was hat denn der als Verteidiger einen Laser drauf, sodass er sich schön ankündigt? Gott, verdammt. Nur noch fünfzehn Sekunden. Der wird gleich pushen. Ihr solltet nicht einen sichern, sondern zwei, wenn möglich. Zehn Sekunden noch. Ich guck da... Da kommt er rein, glaub ich, Cooper. Ja, komm. Der Hälter beschützen. Es bleiben noch fünf Sekunden. Gegner eliminiert. Missile erfolgreich. Hm, irgendwie... Keine Ahnung, ich muss noch was einstellen. Wenn wir einstellen, das scheint ein bisschen lagier wieder zu sein. Nach dem Update bei mir. Und was? Muss man was runterdrehen oder so? Mist. Okay, der hat schon gleich mal ein Custom. Das ist ein Cortis-Skin. Achso. Da hab ich auch drauf. Ja, gut. Jo. Dann... Schöne quasi Einstiegsrunde in diesen Abend. War die letzte... Aber diese... Oder diese Runde... War die letzte Runde? Nein, diese Runde war ein guter Einstieg. Ja, wir sehen uns und ciao. Jo. Äver Estoy nicht entstanden. Der Imposiert